Hallo Leute, es war in einem Part Pokémon Platin. In der letzten Part haben wir Leon mitbekommen. Und wir sind jetzt auf Route 208 und sind jetzt aus dem Graterberg raus. Und da ist auch schon der erste Gegner. Vielleicht schaffen wir es auch heute mal unser Ei auszubrüten. Hier muss ich ja mit der auch nochmal rauswechseln, sonst stirbt. Und gehen wir auf Jessie. Äh, mal einen Sandsturm ein, was ihm relativ wenig bringt. Wir gehen auf den Klubber und das müsste reichen. Wenn wir mal in der nächsten Stadt angekommen sind, müssen wir noch was nachholen. Und zwar ein bestimmtes Pokémon, was man sich hier fangen kann. Nachdem man zur Schneider bekommen kann. Was ich aber leider vergessen habe. Und da kann man sich ein ganz bestimmtes Pokémon, wo es ein Geisterhaus fangen. Ja. Es ist nicht relativ stark, aber es ist trotzdem ein Wegenwert. Was ich auch verwandeln kann. Also vielleicht kennt es einer. Wir werden es nachher mal sehen. So. Zum Glück sind wir jetzt schon gewechselt. Nicht erst danach. Ich habe mir mal alle Wesen nochmal angeguckt. Und hab auch nochmal geguckt, ob ich irgendwas verbessern kann vom Wesen von meinem Pokémon. Aber die haben bisher jetzt recht gute Wesen. Bis auf Jessie. Die hat jetzt ein Minus Spezialverteidigung plus Angriff Wesen. Was eigentlich nicht so gut bei Jessie vielleicht ist. Aber weil wir gerade zwei gute physische Attacken haben, ist es eigentlich nicht schlimm. Und ich glaube, hier ist unser nächstes Team in Krieg. Wenn das hier... Ich gucke gleich mal nach. Wenn wir schneller sind, besiegen wir es. Wenn wir nicht schneller sind, besiegen wir es nicht. Aber wir sind natürlich schneller und... Was? Okay. Damit... Ist Leon leider Gottes besiegt. Aber... Das ist nicht so schlimm. Wir haben immer noch... Lilly und... Jess... Regen. So. Ich hätte aber gedacht, dass man hätte jetzt mehr... Gebracht. Und Route 208... Ja, da gibt's das. Guck was ich da noch fangen kann. Mit 15% Wahrscheinlichkeit. Mit 15% Wahrscheinlichkeit. Hier müsste ein Funkensprung ausreichen. Wir haben auch so viel Luck, aber auch irgendwie Pech. Da ist es schon. Aber... Wir brauchen ein männliches. Das ist hier sehr wichtig. Sonst entwickelt sich nicht das zu denen... Was ich in dieses Team mitnehmen werde. Oh, hier ist sogar die Weiterentwicklung von... Da ist von den Fieber hier unten... Auf alle Fälle ist der recht schlecht eigentlich. Als wenn. Er besiegt uns jetzt... Jetzt echt weil... Er dreimal... In einer Walze trifft, wo ich nicht fliegen kann. Und dann noch... So viel Lack hat, dass er jetzt noch im Volltreffer wird. Was ist das? Hat er irgendeine Fähigkeit dazu bekommen, die das macht oder ob ich... Na egal. Und Knospi... Sehen wir jetzt auch nicht. Ok, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es gefunden habe. Da ist es... Unser neues Teammitglied. Wenn wir es fangen. Dann... Da... Da... Mach ich... Vier... Schaden... So eine... Buckebälle habe ich. Hm. Ich glaube ein super Ball könnte vielleicht überreichen. Wie ich es gesagt habe. So. Und der... Den Namen habe ich mir auch schon ausgehabt. Oha. Was für einen Fuß hat das Vieh. Wie... Ja, ich möchte das... Den Namen geben. Und zwar... Der Name... ist... Fynn. Weil... Ich finde, der passt gut. Okay. Kann ich auch sagen, was sich mit... Was sich... Äh... Sich zu Galakladien beginnen. Deswegen brauchen wir... Ein männliches. Und... Äh... Das kann sogar die Reporter. Was recht gut ist. Und... Ich habe ein schlechtes Wesen. Ich... Werde das Wesen jetzt mal austauschen. Und... Neues... Suchen. Aber... Das mache ich auf Screen. So... Ich habe jetzt ein bisschen mal gefarmen. Habe mal geguckt. Was ich... Kriege. Und ich habe ein sachtes Wesen bekommen. Was recht gut erstmal ist. Jetzt am Anfang noch nicht. Aber später mal. Hat eine gute Spezialverteilung dann. Mal schlechten Spezialangriff. Wir brauchen eh nur den Angriff. Also... Macht sich da nichts raus. So... Und... Ahja... Eigentlich wollte ich nur was zeigen. Ein ganz bestimmter Mann. Ich glaube der ist auf dieser Route sogar. Und zwar gibt er euch ein Item. Mit dem man... Ein Pokémon was... An sich... Fast als legendäres gelten könnte. Eigentlich... Man kann es nur zweimal bekommen. Jeder... Also in jeder... Edition zweimal. Man muss dafür... Sehr viel machen. Was wir nicht machen können, weil... Ich nicht online spielen kann. Weil ich glaube auch die... Sky geht nur im lokalen Modus. Und das geht am PC leider nicht. Also Finn macht jetzt mal noch gar keinen Schaden. Was? Erst wenn es... Ähm... Die ganzen... Erst wenn es eigentlich... Ähm... Ich glaube erst... Wenn Skalakladi ist... Er ist sehr... An... Bestärkt. Und... Was... War... Das... Bitteschön. Habe ich gar nicht verstanden. Aber egal. Da muss ich eben mit Lililas machen. Das war nicht mal ein... Das war nicht mal ein Volltreffer. Hä? Ich muss es nicht verstehen. So... Hier unten zwar der da. Sag kein Wort. Nimm es einfach. Den Spirit kann... Erhalten. Und zwar ist das... Für ein ganz gutes... Äh... Pokémon. Und zwar für Kripo. Aber... Das muss man dann mit online irgendwas machen. Ist das nicht in Arena, Alter? Ne... Wettbewerb. Okay... Jetzt kommt bestimmt... Ja... Ne... Äh... Was für ein Glück. Dass du in der Nähe warst. Und ich wär mein Hasbio. Wer weiß wohin gelaufen. So hat wir zurück in deinem Pokéball. Mit dir. Ich bin Julia. Ich bin... Juro im Pokémon-Webwerb. Besuch mich in der Webwerbshalle. Damit ich dir angemessen bedanken kann. Okay. Aber... Das werden wir in den nächsten Parts sehen. Und zwar sind wir jetzt in der nächsten Stadt angekommen. Ist doch schön und gut. Aber wir müssen noch ein paar Sachen machen auf der anderen Seite. Und deswegen... Warum kann ich kein Teleport einsetzen? Ich bin nicht drin. Hä? Das muss doch eigentlich funktionieren, oder? Oder wenn ich jetzt... Hab ich überlebt. Das kanns doch nicht jetzt sein, oder? Okay. Da kanns hier nicht eingesetzt werden, oder? Aber es müsste eigentlich... Funktionieren. Oder ist es schon gelockt, wenn ich schon auf der... Wenn ich schon da war. Wär irgendwie komisch. Es ist aber echt schon gelockt, wenn ich da war. Als wenn. Ah ne war nicht. Okay. Okay. Wir sind jetzt hier. Da haben wir nochmal unsere Pokémon. Wir müssen ein Stückchen noch zurückfahren. Aber... Das... Das ist jetzt nicht so viel, als wenn wir da... Von ganz hinten... Zurückfahren müssen. Okay. Wir sind gleich wieder... In den Wald. Oha. Gerade wem, wo ich zurückfahren wollte. Schlüpft es unter das Ei... Und da ist ein Togepi drinnen. Ja. Ja, ich will... Das muss man einabeln. Und es wird Sophie heißen. Und... Jetzt sehen wir uns aber. In den Wald. Wo das Geisterhaus ist. So. Da sind wir in den Wald jetzt drinnen. Und da wartet auch die Arenaleiterin auf uns. Wir haben... Also... Ein sehr gutes Wesen bekommen auf Sophie. Ein mäßiges... Also... Ein robust Mäßes, was alles gleich macht. Sanft Glocke, damit... Äh... Es mehr Freundschaft bekommen. Weil das entwickelt sich mit Freundschaft. Ja. Und jetzt gehen wir zum Geisterhaus. Und da wartet schon die Arenaleiterin um uns. Yvana. Hallo da. Hast du auch die... Viele Gerüchte gehört. Und bist... Deshalb hierher gekommen. Ja. Ich habe gehört, hier gibt es ein ganz... Schönes Pokémon. Du weißt schon. Die Gerüchte über das Geister-Pokémon in der alten Villa. Ich habe auch Gerüchte über die... Über unheimliche Schatten gehört. Ich würde ja selbst hineingehen, aber das ist ja, weißt du. Ich bin nämlich ein Arenaleiter und ich bin sehr beschäftigt. Aha. Okay. Okay. Und da... Ich so beschäftigt bin, schaffe ich es nicht in die Villa zu gehen. Das liegt aber nicht daran, dass ich Angst habe oder so. Nee, gar nicht. Nee, nee, nee. Also viel Erfolg, wenn du die Villa erforscht. Okay. Und weil wir jetzt zur Schneider einsetzen können, können wir jetzt auch die Büsche hier wegmachen. Und können wir einfach durch. Hier gibt es sowas wie Alpholo und durch alle Geister-Pokommons. Oder gibt es sogar einen... ...item. Ein Acer. Also hier gibt es ganz viele Geister-Pokommons. Weil ich schon weiß, wie das hier funktioniert, müssen wir... ...eigentlich... ...nicht weit gehen. Aber ich möchte trotzdem noch alle Items mitnehmen. Weil es gibt hier recht viele gute. Und das brauchen wir später für das neue Pokémon. Für viel langsames Zeit, wenn ich das hier neuen Shop... äh... ...den neuen... ...Schutz im Shop kaufe. Oh, ne. Ja, wenn ich gleich vom... ...sowas kaufen spreche... ...da hab ich schon mal was Geld dafür. So. Und zwar in dem... ...genau, hier. Aber da drüben ist noch ein Item, was wir auch noch mitnehmen. ...eine... ...furcht ab. ...furcht ab. Okay, dann. Und zwar hier in diesem Raum. Und zwar hier in diesem Raum. ...zu starr. Okay, müssen wir noch irgendwas dafür machen. Ja, stimmt. Wir müssen noch was dafür machen. Mal was suchen. Ja, stimmt. Ähm. Wo ist denn das? Delegator. Das ist auch ne gute... ...Attacke. Oder... ...ja. Ich... ...werd mir kurz mal was angucken. So. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie es ging. Und zwar muss man... Äh... ...und zwar muss man das... ...ab 20 Uhr kann man das machen. ...binnen im Fernsehen. Da scheint ein Pokémon drinnen zu sein. Das Pokémon würde... ...wür... ...anscheinend gerne herauskommen. Am Fernseher wackeln? Ja. Und zwar kommt dann Rotom erst raus. Ab 20 Uhr. Also wer es nicht weiß. Wie hat es gesagt. Ab 20 Uhr könnt ihr Rotom wie andere. Bei... ...äh... ...Pokémon... ...also nicht Platin. Also alle anderen die älteren Edition. Könnt ihr Rotom nur... ...nach der Pokémon-Liga antreffen. Und nicht vorher. Okay. Was mein Problem gerade ist. Ich habe einfach gar keine Attacke, glaube ich. Die ihn schwächen könnte, oder? Oder... Bodycheck. Ich glaube, das könnte vielleicht funktionieren. Hat aber keine Wirkung. Okay. Weil die Skies direkt wo ist. Genau. Bitte habe mehr Leben als... ...fünfzig. Ja. Okay. Das hat... ...schon mal gut funktioniert. Jetzt werfe ich einfach noch einen Ball. Ich habe nur noch zwei Bälle. Also heißt es muss jetzt drinnen bleiben irgendwann. Aber Leon kriegt echt viel Schaden. Ich kann noch einen Ball schmeißen, dann muss ich einmal Pokémon wechseln. Aber es wackelt null. Das könnte ein kleines Problem werden. Vielleicht könnte... Also ich gehe jetzt mal auf Lily raus. Aber Finn könnte vielleicht noch schwächen. Alle anderen Pokémon's haben vielleicht gar keine Chance. Vielleicht bringt vielleicht den Angriff noch ein bisschen schwäche, aber ja. Vielleicht noch Käferball, den ich jetzt noch habe. Fast. Konfu-Strahl. Auf alle Fälle fange ich das noch, aber ich glaube jetzt in diesem... ...Video nicht mehr. Oder? Ne. So, ich habe es dann trotzdem noch gefangen. Es ist Elektrogeist, wie ich erwartet habe. Und... Ich gebe da einen Spitznamen. Und zwar Blitz. So, aber das sehen wir nicht in unserem Team. Und... Wir sehen uns aber im nächsten Part erst wieder. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.